Schauspieler Elias Mbarek zählt für das GQ-Magazin zu den Männern des Jahres. Mbarek spiele die Rolle des Macho-Lehrers in dem Blockbuster Fakio Goethe. Sehr authentisch heißt es, halb Deutschland habe ihn da mit seiner Rolle verwechselt. Elias Mbarek ist aktuell mit zwei Filmen im Kino. Mit Männerhot stürmte er gleich am Startwochenende an die Spitze der Kinocharts. In dem Cyberthriller Who Am I wird er als meistgesuchter Hacker der Welt von Polizei und Geheimdienst gejagt. Die Auszeichnung soll Elias Mbarek am 6. November auf der GQ-Gala in Berlin entgegennehmen.